Der heutige Tag beginnt mit einem Video, das gerade vor wenigen Minuten hochgeladen worden ist. Und zwar nur 10 Minuten, bevor ich diesen Stream gestartet habe. Und es ist ein Video von Leroy. Und ihr erinnert euch doch daran, dass wir letztens im Stream dieses eine unsägliche Video von Leroy gesehen haben mit der Trans-Person und dem AfD-Politiker. So, da hat er zu Recht extrem heftige Kritik abbekommen. Und das Video, das jetzt hier veröffentlicht worden ist, ist nicht minder kontrovers. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal, weil ich jetzt auch gerade in der Stimmung bin und jetzt kein Blatt vor den Mund nehme, möchte mal kurz eine Kritik loswerden hier an dieser Stelle. Nicht nur an Leroy, sondern an einigen Medien, die meines Erachtens einen sehr gefährlichen und nahezu populistischen Trend gerade aufgesprungen sind. Und zwar dem Trend, dass man ausschließlich Kontroversen schaffen möchte unter dem Banner der Verständigung oder des Diskurses. Und das wird sozusagen forciert, indem man zwei Extrempositionen gegenüber setzt und sie sich bekämpfen lässt. Dass da am Ende des Tages meistens keine Einigung absehbar ist, spielt keine Rolle, weil es nur um den Schockeffekt geht. Es geht nur darum zu schocken, zu provozieren und vor allen Dingen innerhalb dieser Sendung Streits zu provozieren. Und diese Sendungskonzeption, die Leroy da gerade fährt mit, und das ist das Video, was wir gleich gucken, Missbrauchte und Priester, das ist meines Erachtens so geschmacklos und darauf abzielend, genau eine solche Eskalation zu provozieren, genau so einen Shitstorm zu produzieren, wie beim letzten Mal. Also im Endeffekt hat er das erreicht, was er mit dem Produkt erreichen wollte. Und ich finde es nicht akzeptabel, dass ein solches Konzept von Funk bezahlt wird, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es gibt wenige Sachen, die meines Erachtens sich zum Positiven entwickelt haben, auch bei Funkkanälen. Und wir hatten es schon mehrmals mit Beiträgen von Mirko Trotschmann, die absolut auch nicht mehr einen Bildungs- oder Informationscharakter hatten, sondern reißerisch und populistisch aufgebaut waren. Aber das ist mittlerweile ein Niveau, das erwarte ich irgendwo bei RTL 2. Und da sollte man doch mal re-evaluieren, ob das noch ins Sendekonzept passt. Das vorneweg gesagt, basierend auf den Erkenntnissen der letzten ähnlichen Beiträge, vielleicht ist es jetzt ganz anders und gut aufbereitet. Und man hat daraus gelernt. Das ist meine Hoffnung und mit dieser Hoffnung gehe ich rein. Ja, ich will ja nicht immer unversöhnlich sein in jedweder Hinsicht. Ich möchte ja auch, dass es schön ist. So. Meine Lieben, gehen wir mal rein. Warnung, in diesem Video geht es um sexuellen Missbrauch. Also ich habe gar nicht verstanden, was er da mit mir macht, ob das jetzt irgendwie noch zu diesem Spiel gehört. Oder der hat über mehr als 40 Jahre viele Kinder missbraucht, nicht nur mich. Ich bin eine der Aktuelleren. Also das ging über über 40 Jahre. Der Mann ist jetzt 70. Zu dem Zeitpunkt war ich 10 oder 11 Jahre alt. Das macht mich wütend, also ich merke innerlich unfassungslos. Wo die katholische Kirche wirklich, wirklich auf Opfer einfach geschissen hat, um es mal jetzt mal ganz direkt zu sagen. Wie kannst du dich noch damit identifizieren und für die arbeiten? Hey, Freunde und herzlich willkommen. Also zuallererst mal muss ich sagen, dass ich mich frage, warum Themen in dieser Form so exponiert aufgearbeitet sein müssen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es psychologisch gesehen so gut ist, so eine Konfrontation für Klicks zu forcieren mit einem Missbrauchsopfer und einem Repräsentanten der Institution, wo sie das erlebt hat. Ist jetzt zum Einstieg erstmal mein Gedanke. Ja, vielleicht gehen sie noch drauf ein. Vielleicht geht es da auch um darüber, dass sie das sozusagen als Konfrontation sieht, als Art von Therapie sieht. Aber ich finde das schon als Grundeinstieg, finde ich es relativ schwierig. Willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen werde ich über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche sprechen. Die katholische Kirche steht immer wieder in der Kritik. Ein Grund dafür sind die vielen, vielen Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen, die an die Öffentlichkeit gekommen sind und der Vorwurf an die Kirche, dass sie nicht genug für die Aufklärung tut. Zum einen treffe ich heute auf Lisa. Lisa wurde Opfer und der Täter war ein katholischer Priester, der sie missbraucht hat. Und das Ganze hat sie psychisch sehr mitgenommen, weshalb ich sehr dankbar bin dafür, dass sie heute hier ist und ihre Geschichte mit uns teilt. Und mein anderer Gast, Lukas, ist selber Priester der katholischen Kirche und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Als Kind flüchtete er nämlich vor seinem gewalttätigen Vater in die Kirche und fand dort zum Glauben, ohne den er diese Zeit nicht durchgestanden hätte. Freunde, hier ist jetzt auch wieder die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos schauen, aber den Kanal noch nicht aktiviert haben. Also holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Und wenn ihr selber mal Teil dieses... Aha, okay, jetzt sagt man hier an dieser Stelle, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke, um absichtlich sozusagen diesen Switch einzubauen, dass die Leute drüber stolpern. So von wegen, hä, was? Hä, das stimmt doch gar nicht. Dass man da aktiv merkt, oh, da ist irgendwas gesagt worden, so einen kleinen Stolperstein eingebaut. Jetzt wird man auch noch psychologisch manipuliert hier, Leroy. Was ist da los? Format sein wollt, dann schreibt mir einfach. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen, ihr beiden. Hallo. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, mein Name ist Lukas, Pater Lukas. Ich bin katholischer Priester und Ordensmann im Kloster Roggenburg, das ist in der Nähe von Ulm und bin Pfarrer in mehreren Gemeinden. Okay, und auf meiner rechten Seite, wer bist du? Mein Name ist Lisa, ich bin 22 Jahre alt und ich wurde in meiner Kindheit von einem katholischen Priester sexuell missbraucht. Das ist erstmal ein Statement. Ich bin total... Ein Statement. Also ich meine, ihr Gesicht passt ja sehr zu dem, was... Also... Wow. Also jetzt nicht wirklich feinfühlig irgendwie als Reaktion darauf, dass man das so sagt, in diesem Format. Und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Ich bin gespannt auf das heutige Gespräch. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir darüber reden. Und ganz wichtig ist aber auch direkt zum Anfang zu sagen, dass sowohl Lukas als auch Lisa hier heute nicht repräsentativ für irgendeine Gruppe stehen, sondern für sich selber und ihre eigene Geschichte erzählen. Und mich interessiert natürlich, mit welchem Gefühl ihr hierher gekommen seid. Ich finde das so fucking daneben. Man packt auf das Thumbnail missbrauchte Priester, um dann wenige Sekunden im Video zu sagen, die stehen aber nicht repräsentativ für Gruppen. Ist das nicht das verdammte Konzept, wenn du das so draufschreibst? Wenn ihr das so darstellt? Also ich weiß nicht, ich möchte mich hier ungerne für dumm verkaufen lassen von so einem Format. Kannst du anfangen? Ja, ich bin natürlich aufgeregt und ich fühle mich auch gerade sehr unwohl. Das wirkt für mich so ein bisschen, als ob Leeroy gerade so eine Art Exit-Scam versucht. Einmal so richtig nochmal das Maximalste rausholen, egal ob er danach komplett durch ist in der ganzen Bevölkerung. Hauptsache nochmal irgendwie große Zahlen aufbauen und dann weiß ich nicht, was man damit macht. Warum sollte man das machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Was soll das? Ich hoffe aber, dass wir ein Gespräch hinbekommen mit einer Diskussionsrunde vielleicht, wo man sich in einigen Dingen austauschen kann und für einige Dinge sensibilisieren kann. Also ich bin auch sehr aufgeregt. Ihre Mission finde ich gut, dass sie da ist, um sozusagen Themen zu sensibilisieren. Er setzt sich auf jeden Fall einem enormen Druck aus damit, weil er nun eben doch Repräsentant dieser Gruppe ist in diesem Fall. Und dementsprechend jetzt hier eine Seite vertritt, die im ganz Klaren, also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie hier möglicherweise eine Retraumatisierung davon zieht, sondern es geht ja auch darum, dass er sich quasi mit seinem Gesicht in diesem Raum befindet, wenn dieses Thema angesprochen wird. Und er muss das irgendwie verargumentieren oder damit jetzt hier umgehen. Also ich finde das generell auch sehr schwierig für ihn. Du sagtest ja, dass wir natürlich nicht stellvertretend für eine Gruppe da sind, sondern für uns selber. Natürlich bin ich aber als Mann der Kirche erkennbar und repräsentiere die auch. Und mich nimmt dieses ganze Thema persönlich sehr mit. Also ich und von dem her möchte ich auch dir schon mal ganz großen Respekt zollen, dass du bereit bist, überhaupt mit jemandem wie mir zusammenzukommen, weil ich es aber ein ganz wichtiges Thema finde, dass das ehrlich besprochen wird. Du bist heute natürlich hier, um über das, was du erlebt hast, zu sprechen und klarzumachen, dass das kein Einzelfall ist. Aber wie hat das denn bei dir angefangen? Erinnerst du dich daran noch? Ja, also das geht zurück bis in meine frühesten Kindheitserinnerungen. Da war es halt so, dass eine gut befreundete Familie, die ich halt seit dem Kindergarten kenne, wo ich auch immer viel zu besuchen. Also wirklich mal eine Frage an euch, weil es mir gerade so in den Sinn kommt. Ist es wichtig, diese Fälle en Detail zu präsentieren? Also muss man das innerhalb eines Beitrags dann so ausschlachten oder reicht es eigentlich, das zusammenzufassen? Weil ich finde, dass es irgendwie, ja, ich finde, das zielt halt so auf den menschlichen Voyeurismus ab. Und finde das natürlich, man kann das verargumentieren mit aufklärerischer Absicht und so, aber ich finde, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, da ist viel Effekthascherei dahinter, dass man das gezielt nutzt, um eben Reichweite zu farmen. ...eben einen guten Freund hatten und ja, der ist katholischer Priester. Es kann natürlich auch den Druck erhöhen. Das kann ein Punkt sein. Und es ist natürlich auch wichtig, dass Opfer ihre Geschichte erzählen können. Ja, die Frage ist halt eben nur, wie und in welchem Umfeld das am sinnvollsten passiert. Gewesen und hat sich halt im Laufe der Jahre immer mehr um uns Kinder gekümmert und gebabysittet, sich um uns gekümmert, war halt mit unseren Eltern befreundet. Also es war ein sehr, sehr guter Familienfreund. Er galt aber natürlich auch als Stellvertreter der katholischen Kirche irgendwo in seiner Funktion als Priester. Ja, so im Laufe der Jahre wurde der Kontakt immer enger, immer intensiver. Und wir waren dann auch in unserer Kindheit halt oft bei ihm zu Besuch in seinem Haus. Da waren wir halt auch öfters mal so eine Woche am Stück zum Beispiel in den Ferien zu Besuch. Also da muss ich doch durchaus sagen, dass das schon sehr, dass es schon extrem teilt. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da verstehe ich die Eltern dann auch wirklich nicht. Ja, und im Rahmen dessen hat er mich halt missbraucht. Das hat angefangen mit Sachen, was Aufklärung einerseits angeht, Aufklärung aber in dem Maße, wie ich jetzt weiß, dass es nicht normal war, gegenseitig Körperteile zu zeigen, zu erklären, anzufassen. Das geht über bis ins Waschen, gemeinsames Duschen, Baden, abends eincremen, eine Normalität vom Nacktsein, all solche Dinge. Das hat sich quasi im Laufe der Jahre immer weiter gesteigert. Also ich war, ich stand ja unter so einer extremen Manipulation, dass ich das überhaupt nicht als falsch angesehen habe. Und im Zuge dieses Eigencremes hat er dann halt erstmal angefangen, so ein bisschen mit mir zu spielen. Also er hat mich so ein bisschen gekitzelt unter den Armen, an meinem Po, an meinem Rücken, an meinem Bauch. Einfach so, ich habe auch gelacht in der Situation. Das war für mich nicht unnormal. Aber es wurde halt immer intensiver. Also er ist dann immer mehr in meinem Genitalbereich geblieben, immer mehr an meiner Brust und hat dann angefangen, mich an meinen Schamlippen zu berühren, an meiner Klitoris. Und hat das halt immer weiter intensiviert in dem Bereich. Also hat mich gar nicht mehr am restlichen Körper gekitzelt, sondern hat... Alter. Vor allen Dingen, wie krass, wenn man sich das überlegt, dass das über Jahre aufgebaut wurde. Also dass die Kinder oder zumindest sie über Jahre sozusagen darauf herangeführt wurde bis zu diesem Punkt. Bis zu diesem Punkt und alles bis zu diesem Punkt schon Vergewaltigung und Übergriff war. Und es sich aber immer noch weiter und weiter und weiter aufbauen konnte und nichts gemacht werden konnte, weil es einfach so krass manipulativ war bis zu diesem Punkt. Er hat dann halt angefangen, auch in mich einzudringen. Ich sage mal so, ich hatte keine extremen Schmerzen in der Situation, weswegen ich das vermutlich nicht als falsch angesehen habe. Aber es war für mich natürlich trotzdem komisch. Also ich habe gar nicht verstanden, was er da mit mir macht, ob das jetzt irgendwie noch zu diesem Spiel gehört oder weiß ich nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich zehn oder elf Jahre alt. Er hat teilweise auch, wie sich im Nachhinein auch herausgestellt hat, uns Tabletten gegeben. Ich habe aber gehört noch. Also ich habe eine ganz klare Meinung zum juristischen Verfahren mit Kinderschändern. So dass wir sehr wahrscheinlich dann eben auch teilweise bewusstlos waren oder halt in irgendeiner Art und Weise das alles nicht mehr richtig mitbekommen haben. Deswegen weiß ich rückblickend vermutlich auch nicht mehr alles, aber ich habe schon sehr, sehr klare Erinnerungen und sehr klare Bilder. Ja, und das alles hat quasi vor zwölf, elf, zwölf Jahren geendet. Das heißt, du bist heute 22? Genau, mit elf Jahren. Mit elf Jahren hat es geändert. Genau, das letzte Mal war im Januar 2011, soweit ich mich da richtig erinnern kann. Und ich habe das natürlich auch alles sehr, sehr lange verdrängt. Ich finde das so krass, dass sie das so erzählen kann. In der Öffentlichkeit vor anderen Menschen, vor anderen Männern, vor jemanden aus der katholischen Kirche. So reflektiert irgendwie. Also dass sie da in der Bewältigung dieses Falschs schon so weit fortgeschritten ist. Und ja, letztes Jahr oder eigentlich schon seit 2018 gab es da so eine kleine Wende. Alles ist wieder hochgekommen. Und letztes Jahr, also 2021, habe ich mich dann schlussendlich auch mit viel Unterstützung dazu entschieden, das anzuzeigen. Und da gab es dann halt auch einen sehr langen Gerichtsprozess. Und er gilt jetzt auch als verurteilter, rechtskräftig verurteilter Straftäter, der jetzt im Gefängnis ist. Fassungslos. Ja, und wie lange? Und kommt er danach wieder auf freien Fuß? Was macht mich das? Also zum einen dieser Mensch, ich kenne ihn nicht natürlich, ich weiß nicht, wer das ist. Aber wie man das als katholischer Priester, der da sein soll für die Menschen und sie zum Heil führen soll. Das ist ja, sage ich mal, die grobe Umschreibung unseres Jobs, unseres Berufs. So was tun kann und das mit dem eigenen Gewissen vereinbaren kann, muss er ja. Also der muss das ja irgendwie mit sich vereinbart haben, weil das ging ja Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist doch, auch wenn er jetzt schon alt ist und wenn das über Jahre ging und wenn das eine solch lange manipulative Phase war, so gezielt so ein Ablauf, der da durchgezogen wurde, dass es auch andere Kinder betraf und so weiter und so fort, dann muss man doch die Frage stellen, wie lange ist das in systematischer Weise passiert? Und da das ja permanent vorkommt in der katholischen Kirche, muss man doch die Frage stellen, inwieweit ist es vielleicht sogar ein Punkt für Menschen überhaupt in dieser Kirche, einen Dienst anzutreten? Dass so etwas scheinbar auch jahrzehntelang unbeobachtet stattfinden kann? Und diese Frage muss man sich gefallen lassen. Solange keine sofortige und schnelle, deutliche Gegenreaktion in der katholischen Kirche stattfindet, dass Menschen, die straffällig geworden sind oder zumindest möglicherweise straffällig geworden sind, nicht mehr gedeckt werden. Kann man dem nicht vertrauen, diesem ganzen System Kirche? Und dann, also ich stelle mir vor, und dann Sonntag für Sonntag am Altar stehen und den Menschen von der Liebe Jesu erzählen, also das macht mich wütend, also ich merke innerlich, unfassungslos. Und nur um mal das Ausmaß klarzustellen, also der hat über mehr als 40 Jahre viele Kinder missbraucht. Ja, ja, das Abschaffen des kanonischen Rechts, genau. Wie Scherer gerade schreibt, solche Menschen müssen mit der vollen Härte des menschlichen Rechts bestraft werden. Und in dem Zug bitte die Strafe verschärfen inklusive anschließend Verbot für Berufe, Tätigkeiten mit Schutzbefohlen in jeglicher Art. Ganz genau deine Meinung. Braucht, nicht nur mich. Ich war, ich sag mal, eine der, ich bin eine der Aktuelleren. Also das ging über über 40 Jahre. Der Mann ist jetzt 70. 40 Jahre, Leute. 40 Jahre. Was glaubt ihr, wie viele Kinder dem zum Opfer gefallen sind? Und überlegt euch das mal, dass es 40 Jahre gedauert hat, bis sich jemand dann tatsächlich bereit erklärt hat, das dann den Behörden zu übergeben, diesen Fall. Das kam dann im Zuge des Verfahrens raus. Ja. Ich bin schockiert. Also das ist, das ist, ich bin da gar keine Worte für, um ganz ehrlich zu sein. Und ich, ich frage mich wirklich, oder ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sich weiterhin mit der katholischen Kirche als Institution, also nicht mit dem Glauben, das wirklich ganz unabhängig davon, aber wie kann man sich mit der katholischen Kirche als Institution, egal jetzt welches Bistum, sondern die katholische Kirche generell, also da sind ja so viele Sachen über die letzten Jahrzehnte ans Licht gekommen, nachweislich. So viele Gutachten hat es gegeben, Pflichtverletzungen wurden aufgedeckt und so viele weitere Dinge, wo das, wo die katholische Kirche wirklich, wirklich auf Opfer einfach geschissen hat, um es mal jetzt mal ganz direkt zu sagen. Die haben da nirgendwo nachgeforscht, niemanden unterstützt. Wie kann man sich jetzt in der Funktion als katholischer Priester noch mit der Kirche solidarisieren? Das ist ein ganz zentraler, das ist eine ganz zentrale Frage. Finde ich, finde ich sehr gut an diesem Punkt. Und ich bin sehr gespannt auf seine Antwort tatsächlich. Also wie kannst du dich noch damit identifizieren und für die Arbeiten? Weil es ist ja auch dein Arbeitgeber, wenn ich das richtig verstehe. Ja, klar, natürlich, klar. Das klingt für dich jetzt vielleicht erst mal zynisch, ist aber wirklich überhaupt nicht so gemeint. Also ich habe es, gerade wo das damals aufkam, 2010, ist ja die Bombe mir geplatzt, Gott sei Dank, habe ich mich damals auch... Also es ist ja jetzt nicht so, dass es erst 2010 klar wurde, dass es katholische Priester gibt, die Kinder vergewaltigen. Also Entschuldigung, da muss man sich aber wirklich was vorgemacht haben, wenn man erst 2010 wahrgenommen hat, dass es da Probleme gibt. Hallo? Auch gefragt, da war ich noch kein Priester. Ich bin 2014 zum Priester geweiht worden und habe mir natürlich im Vorfeld der Priesterweihe auch natürlich dann auch diese Frage gestellt. Und für mich habe ich die relativ klar beantworten können und kann das noch heute, jetzt erst recht. Weil ich der Meinung bin, also zum einen, die katholische Kirche ist für mich tatsächlich, ich sage, das kann für dich zynisch klingen, die wahre Kirche. Gut, wäre schlimm, wenn ich als Priester das nicht sagen würde. Die Kirche, die von Jesus gegründet wurde und von Anfang an auch sich bewusst war, sie besteht aus Sündern und Heiligen, heißt es so. Also er meint eigentlich die jüdische Sekte, die der Jude Jesus gegründet hat. Dürfen wir ja nicht vergessen, historisch gesehen ist es eigentlich eine Sekte. Just saying. ...rom verbremt. Was jetzt nichts entschuldigen soll, aber in der Kirche arbeiten Menschen und ich unterscheide eben zwischen der Kirche und den Menschen, die in ihr arbeiten. Stimmt und eigentlich war es Paulus. Und da gibt es leider viele schwarze Schafe, ja, wie es eben in anderen Einrichtungen auch gibt. Und ich möchte eben ein Beispiel dafür sein, dass Kirche auch anders sein kann, dass Kirche tatsächlich auch dieser Heilsbringer immer noch sein kann, der er seit 2000 Jahren ja sein möchte. Also ich sage immer relativ flapsig. Ich finde das gut formuliert von ihm, dieser Jesus, der Heilsbringer, der er gerne sein möchte. Und wenn man dann mal aufzählt, wie viele Menschen im Namen des Christentums und im Namen Jesu gerichtet wurden und erschlagen wurden und verbrannt wurden und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Ist ihm nicht so richtig gelungen, Bruder Jesus. Jede Firma, die so viel Mist gebaut hat wie die Kirche, wäre schon lang untergegangen. Aber die Kirche gibt es immer noch, weil ich glaube, dass immer noch der Herr irgendwie seine Hand mit dem Spiel hat. Die Kirche gibt es immer noch, weil die Kirche seit Hunderten von Jahren Grundbesitz in allen Teilen der Welt hat, weil sie Menschen über Jahrhunderte ausgebeutet hat, die kein Wissen und keine Macht verfügt haben, sie gezielt dumm gehalten haben, sogar altes Wissen vernichtet haben beispielsweise. Ganz, ganz krasses Thema eigentlich, sollte man sich mal in historischer Hinsicht genau anschauen. Ich glaube, über 90 Prozent des antiken Wissens ist verloren gegangen, weil es in Kloster-Schreibstuben überschrieben wurde, die Pergamente einfach quasi neu beschrieben wurden. Das ist das, was dahinter steckt. ...hat, hoffe ich zumindest. Und wenn jetzt aber alle rechtschaffenden Priester weglaufen und woanders... Ach komm, Alex, wir kaufen noch einen Ablassbrief. ...durch hingehen, dann geht es ja kaputt. Und darum sage ich eben dieses, jetzt erst recht, ich möchte zeigen, es gibt auch andere. Natürlich verlange ich nicht oder würde ich niemals mehr anmaßen, zu behaupten, es sollten jetzt alle Leute irgendwie aus der katholischen Kirche austreten und... Doch, do it. Just do it. Ich bin auch ausgetreten. Also nicht aus der katholischen, aus der evangelischen. Ich bin ja getauft worden, weil das einfach so eine Art Tradition bei uns war. Ja, just do it. Das sollte es gar nicht mehr geben, das würde ich niemals sagen. Ich empfinde es einfach als Wichtigkeit, dass das Bistum oder die gesamte katholische Kirche daran arbeitet, das aufzuarbeiten, das ist ja schon in Mache. Da sind ja jetzt auch einige Dinge schon rausgekommen. Aber was gibt es für Präventionsmaßnahmen? Also ich habe im laufenden Prozess dann auch gehört, dass die Priester regelmäßig auf Schulung müssen, um sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Dann habe ich aber im gleichen Zuge auch erfahren, das wird überhaupt nicht kontrolliert, obwohl die Priester im Fünfjahresabstand, glaube ich, dahin müssen. Moment, warte mal, du schickst... Warte, die katholische Kirche muss Priester alle fünf Jahre auf Seminare schicken, wo sie lernen, keine Sexualstraftäter werden zu müssen. Bitte was? Bitte was? Wie groß muss das Problem wirklich sein, dass die Kirche selbst weiß, verdammt, wir müssen die alle fünf Jahre daran erinnern, dass sie bitte nicht ihre Schützlinge vergewaltigen? Was? Das wird nicht kontrolliert, da gibt es keine richtigen Auflagen. Generell Verdächtige werden nicht kontrolliert. Wenn die zum Beispiel das Gebiet wechseln und woanders dann eine Gemeinde haben, dann werden solche Infos, dass es da vielleicht mal Verdächtigungen gab, auch wenn die nicht bewiesen sind, so etwas wird einfach nicht weitergegeben, das wird nicht kommuniziert. Da wird nichts kontrolliert, das kann doch nicht sein. Da muss ich jetzt sagen, jein. Und das ist eben das große Problem, dass das immer noch leider eine Frage des Bischofs und des Bistums ist. Und da ist natürlich in dem Erzbistum, wo wir uns gerade gefunden, nicht sehr rühmlich. Ich kann jetzt von meinem Heimatbistum Augsburg sagen, dass das sehr ernst genommen wird, gerade mit unserem relativ neuen Bischof, der das Thema also sehr hoch auf der Agenda hat. Und wir, also sowohl wir als auch jeder Ehrenamtliche und auch jeder Organist, wo man sagt, der sitzt doch an der Orgel und hat doch mit den Kindern oder so nichts zu tun, müssen diese Missbrauchsschulung regelmäßig besuchen, müssen regelmäßig erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Und das wird tatsächlich kontrolliert und ganz stark natürlich bei den Hauptamtlichen. Aber das ist tatsächlich... Ja, aber was passiert denn da? Also worum, was ist das Ziel dieser Schulung? Dass man selber nicht straffällig wird, dass man das erkennt, beides, worum geht es da? ...ein, eine Frage, wie ernst oder wie hoch hängt es der Bischof? Und da sind wir vielleicht eher die, also eher in die positive Richtung rühmlich und, oder mein Bistum und andere eben leider nicht. Von dem her, und das sollte eben vereinheitlicht werden. Das wollte ich gerade sagen, warum ist das nicht einheitlich so? Weil das sollte ja für alle gelten. Das verstehe ich absolut auch nicht, weil du vorher gesagt hast, als Arbeitgeber genau, aber für mich ist das eben mehr. Ein Bischof ist eigentlich nicht nur ein Arbeitgeber, er, das ist ein Hirtenamt. Also der, der, der muss für die Menschen da sein und gucken, dass denen kein Schaden passiert. Also für mich ist das sogar noch mehr als nur, nur ein Arbeitgeber. Schon allein als Arbeitgeber rechtlicher Sicht hätten die die Verpflichtung. Aber das geht ja bei uns mit dem moralischen Anspruch noch viel weiter. Und da stimme ich dir zu, also das verstehe ich nicht. Warum bis heute, also man kann ja sagen, bis 2010 war das auch gesellschaftlich noch kein Thema. Aber jetzt sind zwölf Jahre vergangen und immer noch kommen Vertuschungen, Versetzungen ans Licht. Es kommt was raus und dann wird es zugegeben. Dann kommt wieder was raus, dann, das ist doch Schwachsinn. Wir reden gerade auch über den Zeitraum bis 2010. Und es sind viel, viel, viel mehr Jahre. Also Entschuldigung, aber wir reden davon, dass das ein völlig bekanntes literarisches Stilmittel ist, der lüsterne Priester. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht schon historisch gesehen Vorbilder gehabt hätte. Es ist, also alleine jetzt der Versuch, das darauf zu runterbrechen zu wollen, dass es ja erst seit 2010 so wäre, ist ja völlig absurd. Das ist ja schon fast, das ist ja schon fast, also ich finde das schon ziemlich ihr gegenüber auch irgendwie, ich finde das übel. Ja, natürlich. Seitdem sowas rauskommt und seitdem sowas einfach. Aber da ist halt die große Bombe geplatzt, das meine ich, das war so dieses Stichjahr. Ja, natürlich, aber es war ja schon, es hätte ja schon vor viel, viel längerer Zeit darauf geachtet werden müssen. Natürlich, das war auch lange ein Tabuthema. Unsere Gesellschaft entwickelt sich auch weiter, was das Thema angeht. Da wird eben offen mittlerweile drüber gesprochen. Gott sei Dank. Aber wo du jetzt auch gerade beim Thema Bischöfe bist, ich verstehe dann andersherum nicht, also wenn Bischöfe doch diesen Auftrag haben, für die Menschen da zu sein und die Menschen zu schützen, verstehe ich andersherum nicht, warum es auch Bischöfe gibt, denen nachweislich Pflichtverletzungen vorgeworfen werden und die immer noch im Amt sind. Und ein Papst, also ohne da jetzt wirklich mal bis an die höchste Instanz irgendwie anzugreifen zu wollen, warum bleiben solche Leute im Amt? In jeder anderen Institution, die jetzt nicht die katholische Kirche ist, werden solche Leute rausgeschmissen. Die dürfen ihr Amt nicht weiter... Das Ding ist, das grundsätzliche Verständnis für das, was die Kirche ist, fehlt jetzt hier an dieser Stelle. Weil wir leben ja in einer Demokratie, wo Menschen auch für Dinge gerade stehen müssen, die sie tun. Aber die Kirche hat ja mit Demokratie wenig zu tun. Das ist ja eher ein feudales System, sage ich jetzt mal. Es gibt zwar da Wahlen und es gibt da auch irgendwelche demokratischen Formen oder demokratischeren Formen, aber de facto ist das ja keine freie Gesellschaft. Und dementsprechend, auch dadurch, dass sie ein Sonderrecht in unserer Gesellschaft hat, muss sie sich diesen Prinzipien auch nicht unterwerfen und versucht es auch zu umgehen. Ausüben. Also das kann dann ja auch nicht sein, dass solche Menschen dann weiter als Bischof, eben als Person, die andere schützen soll, da im Amt bleibt. Ich kann keinen absägen, aber die Frage stelle ich mir auch. Ja, dass du da nicht die Verantwortung kriegst, das ist mir natürlich klar. Nee, aber ich kann auch nur sagen, das unterstütze ich, weil... Es gibt Wahlen in der katholischen Kirche, naja, zumindest die Papstwahl gibt es doch. Und ansonsten werden alle immer nur ernannt, oder? Also im kirchlichen Recht kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss ich zugeben. Das weiß ich nicht. Aber da gibt es doch bestimmt auch Gremien, die sowas wählen. Das ist natürlich nicht demokratisch, aber das hat ja zumindest irgendwie... Na ja, es ist feudal. Na ja, es ist feudal. Ich bleibe dabei, es ist feudal. Die sind ja auch unglaubwürdig, schlicht und einfach. Also wenn die Menschen die Augen verdrehen, wenn der Bischof kommt, kann doch auch nichts Ziel sein. Wie kann so etwas dann vertuscht werden? Wie machen die das? Also da greift schlicht und einfach, also das hat auch mit Glaube überhaupt nichts mehr zu tun. Da geht es wirklich nur noch um den Schutz der Institution Kirche, was ich eben absolut nicht verstehen kann. Da wird dann wegversetzt in ein anderes Gebiet, wo den Namen keiner kennt. Die alte Gemeinde erfährt dann oft ja auch gar nicht, wo geht der hin. Was natürlich auch dann in dem Fall denen, die das Vertuschen in die Hände spielt. Es gibt immer einen Fanklub auch von demjenigen. Also das wurde ja in vielen Fällen, wurde das ja schon gezeigt, dass da Gemeinden sich spalten, auch wenn so ein Missbrauch raus... Feudalismus ist genau die korrekte Bezeichnung, auch ideologisch in der rechten Zeit. Asgeroth schreibt gerade, der Kaiser im Heiligen Römischen Reich wurde auch von Adelshausern auf Lebenszeit gewählt, wird trotzdem feudal. Genau, genau. Es kommt übrigens, dass es dann tatsächlich die gibt, die sagen, da will jemand diesen armen Herrn Pfarrer kaputt machen und Rufmord. Also und das spielt natürlich dann denen, die das vertuschen wollen, auch in die Hände. Also tragisch, aber so funktioniert das. Und das hat mit Glaube und dem, was eigentlich Kirche sein sollte, überhaupt nichts mehr zu tun. So eine ganz gruselige Täter-Opfer-Umkehr, die du da beschreibst. Jetzt sitzt du heute schon so eingekleidet hier. Ich muss ehrlich sagen, fühle ich erst mal aufregend, schick, vielleicht ein bisschen warm heute, aber... Hey, wir sprechen jetzt gerade darüber, über Täterschutz und wie die katholische Kirche vertuschen will, dass Kinder reihenweise vergewaltigt werden. Ey, aber schickes Outfit, das da anhaltest. Darf ich auch mal unter deine Soutane klettern oder was? Ich bin einfach schockiert. Ich bin einfach schockiert von dieser Sendung. Vielleicht kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen. Wie bist du dazu gekommen? Also mit Kirche hatte ich schon von Kindesbeinen an zu tun. Meine Mutter war Mesnerin bei mir in der Heimatgemeinde. Und das hat mir in vielerlei Hinsicht, hat mir Kirche, ich würde fast sagen, das Leben gerettet. Auch, weil auch ich Missbrauchserfahrungen habe in der Kindheit, allerdings eben nicht in der Kirche, sondern im, ich sag mal, privaten Umfeld. Und wenn ich da nicht meinen Heimatpfarrer gehabt hätte und den Glauben, würde ich heute definitiv nicht mehr hier sitzen. Ich bin aus heiterem Himmel vor einigen Jahren zusammengebrochen. Und wo das Ganze dann wieder hochkam, bin seitdem in Therapie, hatte Burnout, habe seitdem Depressionen, also Depressiv-Episoden. Und jetzt eben im letzten halben Jahr kamen dann die ganzen Bilder wieder hoch, die ich schlicht und einfach verdrängt habe, was aber vieles erklärt, warum mich eben das Thema Missbrauch in der Kirche so sehr trüggert. Also natürlich sollte es jeden fertig machen in meiner Position als Pfarrer, aber mich hat es extrem einfach getrüggert. Und es ist dann ganz klar, was hängt mit dem eigenen Missbrauch in der Kindheit zusammen. Okay. Ja, ich finde das sehr ehrlich, dass du das auch so ansprichst. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, heute einander zu verstehen. Leeroy, willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Geht's denn bitte noch ein bisschen more lost? Also erstmal ist das ein krasser Punkt, muss ich sagen. Und da muss man auch immer trennen zwischen Glaube und Kirche. Der Glaube hat ja eine sehr, sehr wichtige Funktion für die Menschen. Und in der Kirche gibt es Würdenträger, die diese Funktion auch unterstützen und eben das Glaubensleben durchführen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht eben diese Institution, dieses krasse Konstrukt, das da über Jahrtausende sich gebildet hat, kritisieren darf. Ganz im Gegenteil, das muss man kritisieren. Klar, also sehr, sehr verständlich. Wenn er sagt, das hat ihm Halt gegeben, das waren die Menschen, die für ihn da waren, dann ist es natürlich sehr, sehr verständlich, dass es für ihn das Gegenteil ist, was es für sie ist. Nämlich der Schutzraum und nicht der Angstraum. Und umso krasser ist es eigentlich, dass jetzt hier sozusagen diese zwei Welten, die also wirklich 100% konträr sind, aufeinander prallen. Oder dass man sie aufeinander prallen lässt. Aber ich habe das Gefühl, dass das das Gespräch jetzt gerade eher unmöglich macht. Also wohin soll man jetzt noch gehen? Wohin soll man an diesem Punkt noch gehen? Nachdem die Dame sagt, ich bin Missbrauchsopfer aufgrund eines katholischen Priesters und der katholische Priester sagt, ich bin Missbrauchsopfer aufgrund der Welt außerhalb der katholischen Kirche. Wo will man sich jetzt hinbewegen an diesem Punkt? Zumindest weiß ich, was es bedeutet. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich wehren können, aber es war mir nicht so klar, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Als er das erste Mal... Mir fällt gerade was auf, Leute. Mir fällt gerade was auf. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe mich gerade gefragt, wir gehen noch mal kurz auf die Frage zurück. Moment, ich war gedanklich noch nicht bei der Frage, haltet das kurz zurück. Ich habe mich gerade an diesem Punkt gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Leeroy vorhin gesagt hat, Mensch ist ja total warm unter deiner Soutane. Und wir haben jetzt den 6.12., den 8.12., während wir das hier sehen. Er sitzt da in kurzer Hose. Ich habe das Gefühl, diese ganze Serie, das was wir hier seit Wochen und Monaten sehen, ist am Stück im Sommer aufgenommen worden, vielleicht sogar innerhalb von wenigen Tagen. Und Leeroy ist einfach nur von einem Gespräch zum nächsten und war null vorbereitet. Die haben einfach so viele Gespräche innerhalb von kürzester Zeit verarbeitet, um schön Quote zu machen, dass das, was dabei rauskommt, eine sehr, sehr traurige Performance des Moderierenden ist. Das ist es, Leute. Jetzt verstehe ich, warum er so desinteressiert wirkt. Er ist nicht desinteressiert, er ist einfach nur todesuninformiert an dieser Stelle. So, und jetzt müssen sie natürlich Stück für Stück das alles durchbringen, weil das ist ja Auftragsarbeit von Funk. Also das Projekt ist sozusagen von Funk genehmigt oder geplant oder bestellt oder wie auch immer. Und jetzt haben sie es halt gemacht, jetzt muss es auch rauskommen. Ja, wo jeder vernünftige Mensch gesagt hätte, nach diesem Backlash vor ein paar Wochen, Moment, wir müssen jetzt hier kurz auf die Bremse treten und in der Durchführung dieses Projekts in Zukunft etwas ändern. Aber es ist alles schon produziert und es muss raus. Einerseits weiß ich nicht, aber zumindest weiß ich, was es bedeutet. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich wehren können, aber... Okay, 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 ich muss das noch präzisieren. Leeroy ist scheinbar auch so überarbeitet in der Situation, dass er dem Gespräch nicht mehr folgt. Es war mir nicht so klar, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Als er das erste Mal mit seinen Fingern auch in mich eingedrungen ist, das war, glaube ich, so das erste Mal. Also es ist so schwierig, das zu erklären, wie sich das, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Also ich weiß das alles noch sehr, sehr gut. Ich habe sehr intensive Erinnerungen noch daran, zumindest an die Dinge, wo ich auch bei Bewusstsein war. Und es kamen halt auch massive Albträume hinzu und massive Träume auch davon, was ich danach noch fortgesetzt habe. Vor allen Dingen, ich meine, ich finde das, also warum zur fucking Hölle zwingt er sie auch dazu, das nochmal auszupacken? Es war in diesem Gespräch doch schon so weit. Warum soll sie denn noch mehr ins Detail gehen? Ist es wirklich so notwendig für die Klicks? Ganz ehrlich? ...gesetzt habe, also mit Momenten, wo ich dann nur sehe, wie er mit seinem Penis in mich eindringt. Fuck! Fuck! Also langsam nehme ich ihm das echt persönlich übel, diese Serie. Ich muss, ich, wisst ihr ganz ehrlich, ich mache das seit über einem Jahrzehnt, mich mit Menschen unterhalten, Videos zu Themen zu produzieren und so weiter und so fort. Das macht mich einfach wütend. Das ist einer der größten Channels in Deutschland. Das ist eine Auftragsarbeit der Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist der Content. ... und Momente, wo er sich über mich gebeugt ist und ich von ihm fast zerquetscht werde. Und solche Sachen. Und das hat sich über die Jahre, hat sich das sehr intensiviert. Ich habe es lange, lange, lange verdrängt bekommen. Bis ich 2016 das erste Mal sehr, sehr stark durch meine Schlafstörungen, also ich habe massive Schlafstörungen, Albträume, Durchschlafstörungen, Angststörungen, Depressionen. Das hat sich bis 2016, glaube ich, habe ich das so stark verdrängt. Haringat schreibt gerade, da ist auch uninformiert keine Entschuldigung mehr. So etwas ist einfach Basic-Empathie, die ihm scheinbar komplett abgeht. Ich bin auch gerade schockiert. Ich habe das gerade für mich so ein bisschen verstehen wollen, warum sich an der Art der Durchführung dieses Formats nichts geändert hat. Und dann wurde das klar dadurch, dass es eben alles an einem Stück produziert wurde. Aber das ist wirklich, ich finde das auch schwierig zu erklären. Ich habe gedacht bekommen, dass ich dann, dass das halt sich in dieser Form dann so ausgezeichnet hat. Minst Meet Murphy schreibt gerade, ich habe mal kurz durch die Videos geskippt und ich stelle fest, dass Leroy tatsächlich nur zwei Outfits in den Videos trägt. Krass. Dann sind die ganzen Videos wohl an zwei Tagen produziert. Ernsthaft. Noch nicht mal Wochen oder eine Woche, sondern einfach zwei Tage. Ich bin halt so hochgekommen, dass ich diese Depression und diese Angststörung hatte, woraufhin ich dann auch eine Zeit lang in der Klinik war. Aber ich war noch lange nicht an dem Punkt, dass ich darüber reden konnte. Ich habe ihn immer noch oft gesehen. Ich habe mich aber dagegen gesträubt, noch mit zu ihm zu fahren. Meine Eltern haben das alles so ein bisschen auf meine Pubertät geschoben. Also die haben das gar nicht hinterfragt. Er war halt weiter auch immer öfters noch bei meiner Familie. Aber das war das, wo ich dann auch im Nachhinein 2018 das erste Mal mich meiner besten Freundin anvertraut habe und verstanden habe, dass ich missbraucht wurde in meiner Kindheit. Das war so diese Erinnerung. Und all diese anderen Dinge, dieses ganze Waschen und Baden und Duschen, Aufklärungsunterricht. Also er hat uns auch zum Beispiel gegenseitig unsere Genitalien erklärt, wo wir uns dann aufs Bett legen mussten, Beine spreizen und er hat das alles einmal angefasst und uns gegenseitig erklärt. Und das, also jetzt erst im Nachhinein verstehe ich, dass das alles schon Missbrauch war. Also für mich war bis 2018, 2019 war wirklich nur diese Übergriffe, wo er wirklich mit seinen Fingern an meiner Klitoris, an meinen Schamlippen und in mir drin war, in meiner Vagina. Das war für mich der Missbrauch. Und im Nachhinein erst habe ich verstanden, wie weitreichend das eigentlich war. Und das macht das Ganze irgendwie, finde ich, noch viel, viel schlimmer, dass man das selber gar nicht verstanden hat. Und auch diese, diese Tragweite, was das alles, diese ganze... Leute, das ist, ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Das ist, das ist nicht mehr Aufklärung, das ist nicht mehr Sensibilisierung, das ist... Jeder normale, einigermaßen empathische Mensch und Moderator, der sich nicht innerlich denkt, geil, 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 das macht Klicks, der hätte an der Stelle gesagt, wir wollen das gar nicht nochmal alles, dass du das alles nochmal rausholen musst. Wir haben das verstanden, wir finden das zutiefst furchtbar und wir wollen jetzt gemeinsam herausfinden, was man tun muss. Und in Zukunft irgendwie diese Dinge zu verhindern, eine Awareness in der Kirche, mit der Kirche oder wie auch immer zu schaffen. Aber dieses Video, es ist 21 Minuten. Es ist 21 Minuten. Es ist fast nur über das gesprochen worden, was exakt passiert ist. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen da draußen gerade komplett getriggert wurden, wegen ihrer eigenen Erfahrung, die das wieder rausgeholt hat. So psychische Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe, das habe ich jetzt erst verstanden. Also 2022, elf Jahre später, habe ich verstanden, woher das überhaupt kommt. Nee, du kannst das selber nicht so sehen, aber ich finde keine Worte dafür, wie wahnsinnig gut du das gerade beschrieben hast. Willst du mich komplett verarschen? Also Leroy ist für mich komplett gestorben, ab dem Zeitpunkt. Das war's. Leute, das war's. Und du kannst dir selber auch nicht ausmalen, wie wichtig diese Beschreibung für... Die arme, arme Frau. ...für Menschen da draußen ist. Nein, ist es nicht. Nicht in diesem Detail. What the fuck. Sei dir sicher, egal wie groß die Überwindung jetzt gerade für dich war, du hast alleine mit dieser Beschreibung so vielen Kids, die gerade zugucken, die Augen geöffnet und verhinderst damit so viele weitere Übergriffe. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Verstehe ich das jetzt komplett falsch? Habe ich das jetzt komplett falsch interpretiert? Ist das wirklich wichtig, dass so im Detail, also vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht rege ich mich jetzt gerade über was zu Unrecht auf. Ja, aber ich, ich meine, ich habe Lehramt studiert. Ja, also ich bin in dem Sinne ja auch irgendwie pädagogisch ein bisschen bewandert. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass das so sinnvoll ist. Die sind vielleicht sogar erwachsen und denen passiert das gerade. Und die haben das bis heute nicht verstanden, dass sie missbraucht wurden, weil es, glaube ich, oft so ist, dass... Letzter Ecke sagt gerade, ich bin Psychologin, ist nicht gut. ...man das in dem Moment nicht versteht, so wie es halt bei mir auch jahrelang jetzt war. Ja, weil er hat ja Schritt für Schritt das vorbereitet. Das war ja alles quasi, also das ist ja auch die große Tragik. Man kann ja wirklich unterstellen, er hat die Freundschaft zu deiner Familie oder zu euren Familien gesucht, nur um schlussendlich zum Missbrauch zu kommen. Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen mit Panikattacken, Schlafstörungen, neben bis heute hochgradig Antidepressiva, wo aber lange nicht klar war, woher kommt es. Und was mir immer schon klar war, war Gewalt in der Kindheit durch den Vater, der starker Alkoholiker war. Ich sage wahr, weil er seit 2004 nicht mehr unter uns ist. Auch wenn es für einen Priester vielleicht hart ist, ich sage, es ist gut so. Hat sich schlicht und einfach zu Tode gesoffen. Ich kann es nicht anders sagen, was für meine Mutter aber große Befreiung war, die, weil sie gut katholisch war, sich nicht getrennt hat. Also so diese Ganze, was man so kennt, vielleicht auch mit Gewalt und psychischer, körperlicher Gewalt, war mir klar. Aber das hat nicht diese Stärke der Depressionen und so weiter erklärt. Also da war immer schon, auch für die Therapeuten, für meinen Psychologe, klar, da muss was sein. Aber das kann man ja nicht rauszerren, sondern das kommt irgendwann und das war vor einem halben Jahr, wo das dann so mit Flashbacks losging, mit Bildern, die kamen, mit Albträumen wieder. Wo einfach klar ist, dass... Ich meine, wir sind jetzt bei vier Minuten vom Ende. Vier Minuten vom Ende des Videos und der Pfad, es geht hier um die katholische Kirche oder das strukturelle Problem von Pädophilie in der katholischen Kirche, das ist jetzt komplett verloren gegangen. Gut, Alkoholiker, die brauchen Geld, um sich das alles leisten zu können, die Alkoholiker und Co. Und das wurde schlicht und einfach durch, man könnte sagen, Verkauf von mir mitfinanziert im familiären Nahfeld auch, ja. Also das lässt natürlich, das macht nochmal eine ganz andere Tür auf und damit hätte ich nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich in dieser Tragweite auch nicht, wo jetzt eben immer mehr hochkommt, wo wir gerade dran arbeiten, auch eben mit dem Psychologen. Also auch das passiert, denke ich, noch vielen, vielen Kindern, auch heutzutage, eben auch außerhalb der Kirche. Darum bin ich da vielleicht auch noch emotionaler wie viele andere, weil ich eben sage, das kann auch in der Familie passieren. Also ich mache jetzt hier mal kurz eine Vermutung an dieser Stelle. Ich glaube, aus diesem Gespräch gehen zwei Menschen heraus, die davon schlechter weggehen, als sie reingegangen sind. Belasteter, shaken. Geld zu machen, also wo vor einigen Jahren doch das in dieser Gartenkolonie hochkam. Und es wäre, und warum genau sitzt der überhaupt in der Mitte? Vielleicht wäre dieses Gespräch sogar irgendwie besser verlaufen, wenn sie sich einfach gegenüber gesessen hätten, an einem Tisch. Ich denke, man kann das ähnlich sehen bei mir, also das, genau. Was würdest du denn, wenn jetzt da draußen jemand zuschaut, weiß ich nicht, die Lisa von vor zwölf Jahren oder jemand, der vielleicht auch älter ist und gerade das Gefühl hat, Ja, ich habe vieles erlebt, was du heute ausgesprochen hast. Ich erlebe das jetzt gerade. Was könntest du der Person mitgeben? Reden hilft. Das ist das, was ich wirklich am allerallermeisten gelernt habe. Reden darüber hilft. Und wenn es, wenn die erste Person noch nicht dazu in der Lage ist, das so zu verstehen, einem weiterzuhelfen, weiterreden, darüber reden, reden, reden. Den Mut aufbringen, so schwer es auch ist, mit jemandem zu reden, der was ändern kann oder der einem irgendwie daraus helfen kann. Und das wirklich auch anzuzeigen, weil das ist etwas, das muss strafrechtlich verfolgt werden. Es kann nicht sein, also ich mache mir im Nachhinein sehr, sehr große Vorwürfe oder ich habe mir lange Vorwürfe gemacht, dass ich nicht hätte, also dass ich nicht früher was gesagt habe, weil nach mir gab es ja noch weitere Opfer. Und lange habe ich mir diese Vorwürfe gemacht, ja, hätte ich früher was gesagt, dann wäre das nicht mehr passiert. Ich hätte das verhindern können. Das sind natürlich Dinge, die darf man sich nicht vorwürfen, das ist total falsch, weil die einzige verantwortliche Person ist der Täter selber und nicht ich oder eines der anderen Opfer. Vor allem als Kind. Genau, aber auch die erwachsenen Personen, die jetzt, ich sage mal, vor zehn Jahren zum Beispiel wussten, dass ich da als Kind bin und die auch in ihrer Kindheit von ihm missbraucht wurden. Die haben auch nichts gesagt, aber man kann solchen Leuten keinen Vorwurf machen, weil das so viel mit Manipulation, mit Schamgefühl zu tun hat. Und das ist ein Gefühl, das... Ich finde es auch schlimm, dass sie das selber sagen muss. Dass er halt so wenig mit dem Thema zu tun hat und das nach so vielen Gesprächen, die er geführt hat. Also es ist ja nicht so, dass er noch nie mit traumatisierten oder missbrauchten Menschen gesprochen hat. Dass er eben ihnen nicht, dass er hier nicht zumindest sagt, dass du dir ja keine Vorwürfe machen darfst, sollst, musst. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, um zu lernen, dass das falsch ist, sich da Schuld für zu geben. Also vertraut euch an, habt den Mut, einfach das öffentlich zu machen. Und völlig unabhängig davon, ob das jetzt eine Respektsperson, wie man so schön sagt, das ist... Aber jetzt mal die Frage, ich meine, ist das jetzt Zufall, dass zwei Opfer hier sitzen, die... Also für mich wirkt das, ich will das jetzt niemandem unterstellen, aber für mich wirkt das so, als ob man mit Absicht sozusagen ihn dahingesetzt hat, um so einen Gegenpol zu schaffen, um diese Situation noch kritischer zu gestalten. So nach dem Motto, nach der Schablone, ja man kann ja auch als Opfer in der katholischen Kirche sich geborgen fühlen. Also ich will das jetzt nicht, also ist jetzt nur ein Wild Guess, aber das wäre schon ziemlich finster, oder? Wenn man das so konstruiert als Gesprächsumfeld. Es ist ja bei uns Priester oft so, dass wir noch so überhöht werden. Auch das spielt keine Rolle, wenn einer Missbrauch begeht oder auch sonstige Gewalt. Dann ist völlig egal, ob der Staatsanwalt Priester ist, macht es öffentlich und habt da keine falschen Charme. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ja, es ist natürlich oft so, wenn man eine Uniform sieht oder so ein Gewand, dann hat man ein bisschen mehr Respekt oder so. Ich fühle das auch oft und trotzdem, du sagst selber, das muss man übergehen. Wenn ein Priester was Falsches macht, ist es genauso verkehrt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin euch total dankbar. Ihr habt sehr offen über das Erlebte gesprochen und ich glaube, das hilft vielen da draußen. Wenn ihr jetzt zugehört habt und euch denkt, wow, das war ein tolles Gespräch, genauso wie ich das jetzt gerade empfinde, aber ihr habt zugehört. Also vielleicht gibt es irgendwelche Themen, die wir nicht... Also, ganz ehrlich, ich denke, damit ist jetzt alles gesagt worden in diesem Gespräch, in diesem tollen Gespräch. Wie fandet ihr denn dieses tolle Gespräch? Habe ich mich jetzt unberechtigterweise so drüber aufgeregt? War es tatsächlich ein tolles Gespräch? Gab es tatsächlich so viele positive Informationen, die da für potenzielle Opfer gegeben wurden? Ist damit jetzt ein grundlegendes gesellschaftliches Thema positiv aufgegriffen und verarbeitet worden? Sind wir weitergekommen im Diskurs? Hat es den beiden Menschen da geholfen? Hm? Würde mich mal interessieren. Lasst mich das gerne wissen. çao baut – Untertitelung des ZDF, 2020